Nein, die gibt es nicht, denn das ist der Start ohne Apprenticeship. Start zu den Swiss 2000 gehen es das siebte Rennen. Vajatos hat die Spitze übernommen, innen, Bacamara an seiner Seite, gefolgt von Sandford, dann der Favorit, Runnymed, an vierter Position in flotter Fahrt. Da wird Bacamara etwas nach außen getragen, aber sofort korrigiert von Fabrice Véran. In Front ist Vajatos mit Dennis Schirgen, Bacamara und Fabrice Véran. Zweiter Position, Milan Sattucal in lauer Position mit Sandford in gelb und blau. Jetzt außen begleitet vom Favoriten Runnymed mit Christian Demuro in weiss und grün. Und an letzter Position Muddy Waters und Karinsval. Es geht gegen das Ende der einzigen Gegenseite mit Vajatos in flotter Fahrt. An zweiter Position ist Bacamara außen in Sandford, der Favorit Runnymed an vierter Position. Und Muddy Waters hat Anschluss, ist aber immer noch an letzter Stelle. Jetzt greift Christian Demuro außen an mit Runnymed. Runnymed, aber Vajatos, der marschiert vorne immer noch weiter, aber der Favorit, der kommt hier wie aus einem Guss an zweite Position. Vajatos kommt unter Druck und der Sieger in einem Kenter. Ich sage jetzt mal der Sieger, weil der sieht hier schon wieder ganz, ganz deutlich wie der Sieger aus. Da kommt Runnymed und geht vorbei. Runnymed, Sandford, Muddy Waters. Runnymed vor Muddy. Runnymed gewinnt hier vor Sandford und Muddy Waters. Das ist Runnymed mit Christian Demuro, Sandford auf dem zweiten Platz. Dann war die Motors, dann war Kamara und Vajatos. Wer schlecht belohnt für eine lange starte Leistung, ist er für...